Komm mal her. Erinnerst du dich noch an den Kommentar von vor vier Monaten unter Waldorfmädchen? Dass wir doch egal was wir machen, Hauptsache wir beide tanzen. Ja. Ja. Hallo, zeig dir die Arsch und die Enkel. Ich dachte die ganze Zeit, da ist irgendwas schiffig. Warum darfst du mich hier? All by myself. Warum darfst du und spielen hier? Ich bin nur auf der Schell. Ich find's voll geil zu blasen. Ich find's voll geil zu blasen. Ja. Asozial und ständig blau. In einem Kasten, in einem anderen Frau. Feierabend, Feierabend, jeden Abend, Feierabend. Das war's, darfst du weiter essen gehen. Danke. Wollt ihr euch eigentlich noch? Bestimmt, ja. Du magst noch einen Schalter? Fanservice. Ja.